Ratgebergeld.at. Die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zum neuen Marktbericht hier bei Ratgebergeld.at am Montag, den 22. Mai 2023. Bevor wir mit den Indizes beginnen, wieder mal der Hinweis auf die stärksten und schwächsten Sektoren, wobei wir uns natürlich hauptsächlich auf die stärksten hier konzentrieren. In den letzten zwei Handelswochen haben wir vor allem zwei, drei Sektoren hier mit im Auge, die unserer Meinung nach die stärksten Kaufsignale geliefert haben, auch von den Branchensektoren her extrem gut aufgestellt waren. Nummer eins würde ich sagen, von allen dreien vielleicht der schwächste, aber trotzdem einer der stärksten an der Wall Street, der Bereich Internet Content, angeführt natürlich von Alphabet. Aktie haben wir zum Beispiel auch bei Ride the Bull in unserem längerfristigen Portfolio seit dem Breakout über die Marke von 110. War ein gewaltiger Breakout in Richtung Norden und wir sehen auch hier Breakout-Kerze, tief der Breakout-Kerze wurde nie verletzt und sehr, sehr schöne Fortführung nach oben. Gute Möglichkeiten momentan natürlich, um einmal Teilgewinne mitzunehmen, die Aktie ist sehr stark überkauft, Korrektur von 3, 4, 5% jederzeit möglich, aber wir sehen Internet Content sehr, sehr gut, nach wie vor führend. Wir haben hier Aktien wie eine Meta, wir haben Aktien wie eine Alphabet, Spotify auch ganz gut unterwegs und Co. Also Internet Content sehr, sehr gut aufgestellt. Dann haben wir den Bereich Software, den wir mit dem ETF IGV sehr, sehr gut auch immer wieder analysieren können. Auch da sahen wir im Laufe der folgenden Woche einen wichtigen Breakout in Richtung Norden und alles, was irgendwie ein bisschen Software-related ist, hat sehr, sehr schön Gas gegeben. Wir hatten eine Microsoft, die gut in Richtung Norden gegangen ist, CRM, auch eine Aktie, die wir in unserem längerfristigen Ride the Bull Portfolio haben, seit dem Break über 200. Auch das war jetzt schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da und dort eben ein paar Teilgewinne mitzunehmen. Das heißt, Software auch ganz gut gelaufen. Ja, und der absolut stärkste Sektor auch im Laufe der folgenden Woche, das waren dann letzten Endes die Chip-Aktien. Und da war ich dann eben auch selber vorige Woche nicht am PC und haben wir dann eben statt der großen Favorites wie NVIDIA, EMD, Rambos, ON, einfach den Halbleiter ETF, SMH genommen. Knapp um die Marke von 124 und ein bisschen. Und ja, auch hier sehen wir unglaublich starke Kursreaktionen Richtung Norden. Ersten Teilgewinne haben wir auch hier jetzt bereits mitgenommen und Halbleiter waren eben mitunter eben auch die führenden Aktien im Laufe der folgenden Woche. Also wie gesagt, hier führend nach wie vor Aktien wie Rambos, unglaublich stark, 20% plus. ON mega stark unterwegs, NVIDIA nach wie vor intakter Aufwärtstrend, EMD nach dem Breakout hier nach oben quasi nicht mehr zu schlagen. Gab auch folge Woche einen sehr, sehr schönen 29er Pullback, den man hier am Dienstag nutzen konnte für einen Entry und so weiter und so weiter. Also wir sehen extrem viel Energie, vor allem in diesen drei Sektoren, in diesen drei Branchen. Und das waren eben mitunter auch die größten Gewinner, die wir also hier folge Woche zu sehen bekommen haben. Der Rest vom Schützenfest war so lala und jetzt kommen wir jetzt zu den Indizes nach wie vor. Und wir sehen einfach primär immer wieder, es ist extrem wichtig, mit den richtigen Branchen zu dem richtigen Zeitpunkt investiert zu sein. Und dann natürlich auch sekundär sehr, sehr wichtig, wie geht es den Gesamtmarkt. Aber wir sehen, der S&P 500 Index hat die 4200 noch nicht gebrochen. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, auch im Wochenchart. Denn mit einem Schlusskurs über 4200 hätten wir ein weiteres, klares, höheres Hoch. Und wir hätten zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder eine Folge von höheren Hochs und höheren Thieves. Und das wäre dann der Übergang in einen klar definierten neuen Bullenmarkt. Ob wir es jedoch schaffen werden oder nicht, das werden wir erst sehen. Und das ist auch die Grundvoraussetzung, um hier generell wieder bullischer zu werden. Aber es sieht ganz okay aus. Nasdaq indes hatte den Bullenmarkt schon längst eingeleitet. Und da haben wir auch zum richtigen Zeitpunkt erkannt, welche Branchen sind stark, welche Sektoren sind stark, wo können wir reingehen etc. Nasdaq ist nach wie vor führend. Wenngleich ich derzeit nicht der Fan bin von neuen Investitionen. Darum habe ich mich auch noch am Freitag dann hier bewusst zurückgehalten mit zu vielen neuen Positionierungen. Wir sind etwas überkauft, wir sind relativ weit weg von der 50-Tage-Linie. Und das erhöht natürlich immer wieder so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit auf eine alsbald eintretende Korrektur. Ja, was natürlich auch noch passieren müsste, ist, dass auch der Russell 2000 in Schwung kommt. Und der ist natürlich merklich nach wie vor unter Wasser. Und wir sehen auch nach wie vor, dass das Market Breath, also das Momentum von allen Sektoren derzeit nach wie vor erschütternd negativ ist. Also wir haben lediglich den Bereich Mining-Sektor, der so gerade mal im neutralen Territorium ist und im Bereich Technologie eben durch die jüngsten Anstiege von Software, Internet und Chip-Aktien, die sich gerade mal in einem neutralen Bereich retten konnten. Der Rest aller Hauptsektoren befindet sich im bärischen Terrain. Und das ist nach wie vor noch immer so eine kleine rote Flagge für den Gesamtmarkt. Wie auch immer, Russell wird uns meines Erachtens zeigen, ob diese Rallye wirklich, wirklich, wirklich nachhaltig sein kann oder nicht. Denn ohne den Small Caps glaube ich nicht, dass die Rallye so in dieser Art und Weise weitergeht. Aber, sollte der Russell mitmischen und wir gehen über 180 und brechen über 180, dann sehe ich hier eine hervorragende 10% Plus Chance. Nächster Widerstand ist erst hier oben. Das wäre dann quasi der nächste Sektor, der dann wieder hier in die richtige Richtung zeigt. Und wenn dann mal die Small Caps gehen, dann Vollgas. Und das wäre noch notwendig, um also hier den Gesamtmarkt richtig ordentlich in Schwung zu kriegen. Also wir haben nach wie vor eine ziemliche Divergenz in den Indizes. Technologie ist derzeit führend. Nicht-Technologie haben wir vor allem im Bereich Travel und Tourism, die ganz gut unterwegs sind. Da hatten wir jüngst sehr, sehr starke Anstiege von Aktien wie Uber und vielen anderen Unternehmen aus diesen Bereichen. Automobile Aktien waren Folgewoche wieder ein bisschen stärker, weil Tesla zugelegt hat. Aber Race ist unser Favorit und die Aktie, wo wir drinnen sind, also die ist nach wie vor die Numero Uno in diesem Sektor. Auch eine Aktie, die wir also in unserem Portfolio mittragen. Und ja, übrigens, wenn wir gerade auch bei den Sektoren sind, ein Sektor, der auch extremst interessant aussieht und vielleicht im Bereich Travel und Tourism wieder ziehen könnte, das sind die Jets, sprich die Airlines. Denn die stehen kurz vor einem Mega-Breakout in Richtung Norden. Ob es gelingen wird oder nicht, bleibt noch abzuwarten. Also vor einem Breakout werden wir definitiv keine neuen Positionen aufbauen. Aber schauen wir mal, ob wir da ein bisschen mehr Energy in Richtung Norden sehen. Bevor wir aber zum Portfolio kommen, noch der Blick auf die anderen Märkte, Edelmetalle unter Druck. Nachdem sich also jetzt der Euro zum US-Dollar wieder in Richtung Süden bewegt, sehen wir also auch hier die gleiche Bewegung. Wir haben ein tieferes Tief, Gold momentan wieder in Korrektur, wenngleich sich die Lage am Freitag ein bisschen gebessert hat. Aber wir haben ziemlich deutliche Verkaufssignale. Der längerfristige Trendkanal ist nach wie vor im Takt. Also da könntest du sogar auf bis zu 180 noch runtergehen. Bleibt also abzuwarten. Wer gewinnt? Die kurzfristig orientierten oder längerfristig orientierten Anleger. Silber meines Erachtens mit einer normalen Korrektur. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen stärker ausgefallen ist, als sich viele hier gewünscht hätten. Aber wenn wir uns diesen Gesamtanstieg anschauen, haben wir lediglich die Hälfte davon jetzt aktuell korrigiert. Und wenn die Bullen die Aufwärtsbewegung weiter intakt halten wollen, dann müssen sie spätestens ab hier, hier beginnen quasi den Karren wieder in die richtige Richtung zu drehen. Ob es gelingt oder nicht, bleibt abzuwarten. Also momentan sehe ich hier keine deutlichen Kaufsignale oder sonstiges. Beim Blick auf Öl oder Öl-ETFs nach wie vor ein sehr bärisches Bild. Sämtliche wichtigen Gleitende Durchschnitte. 20er, 50er, 150er, 200er, alles zeigt in Richtung Süden. Und auch die Annahme von uns da, dass wir sie hier lediglich so einen kurzen Push nach oben sehen könnten und dass dann Öl und Ölaktien gesamtheitlich eher mehr uninteressant sind, war definitiv die richtige Annahme. Selber habe ich es leider im Trading dann nicht genutzt für neue Short Entries. Ich wollte hier reingehen, habe aber dann die optimalen Entries nicht bekommen. Und mit Ölaktien ging es also im Schnitt hier von April auf Mai um 10% in Richtung Süden. Guter Riecher, leider selber aber nicht ausgenutzt. Aber man kann auch nicht alles haben. Wie auch immer. Ja, wie gesagt Öl-Sektor und Energy-Sektor momentan definitiv absolut uninteressant. Last but not least noch Euro zum US-Dollar. Da habe ich ja mein Dollar-Depot in ein Euro-Depot getauscht und auch mein Cash hier bei 1,075. Bin dann mit dem 20-Tage-Durchschnitt mitgegangen und dann hier beim Drehpunkt bei 1,0980 wieder alles auf Dollar getauscht. War auch gut so, brachte wieder gute 2% Währungsgewinne. Ist natürlich auch immer wieder schön, wenn Währungsgewinne zusätzlich zu den normalen Aktiengewinnen auch immer wieder dazunehmen kann. Jetzt bleibe abzuwarten, ob die 1,075 halten wird. Sollte die nicht halten, sehe ich die Gefahr, dass wir also hier abrutschen auf bis zu 1,050, 1,055 herum. Das wird sich im Laufe dieser Woche dann meines Erachtens hier dann auch entscheiden. Ja, Portfolio-Technisch neu mit hinzugekommen. Am Freitag ist ASRT, Asercio, die uns bereits hier von Februar auf März enorm gute Gewinne geliefert hat. Jetzt nach dem 20er-Pullback und dem Kaufsignal von Freitag erneut mit an Bord. Ersten Teilgewinne haben wir bereits mitgenommen. Rest ist plus minus 0 abgesichert. Rest entscheidet die Aktien. Rays, da sind wir schon seit Längerem drinnen. Da haben wir jetzt am Freitag pyramidisiert. Nach dem Breakout hier raus aus der Base haben wir auf die bereits gut laufende Position erneut dazugekauft. Und solange wir über den EMA 9 hier bleiben und da nicht merklich drunter schließen, werde ich auch meine Positionen weiterhin hier natürlich behalten. DraftKings war der nächste Entry, auf dem wir gut eine Woche lang gewartet haben. Wir haben gesagt, okay, wenn das Teilchen dreht, dann hier vielleicht beim Gap Attack und beim 20er. Genau hier haben wir gedreht und das war dann auch letzten Endes unser Kaufpunkt. Sieht momentan ganz gut aus und USK stoppt natürlich unter dem Tief hier von Donnerstag. SMHs, die Hälfte der Gewinne haben wir am Freitag gesichert. Am Donnerstag war es glaube ich schon, aufgrund des sehr steilen und starken Anstiegs. Aber ich bin ein absoluter Fan davon, bei Pullbacks in Richtung EMA 9, so wie hier oder hier, dann sehr, sehr gerne wieder nachzukaufen bei Schwäche. Also warten wir mal ab, wohin die Reise geht. Da werden wir sehen, wo wir dann die nächsten Positionen kaufen können. First Solar, ich bin ein bisschen zu früh rein, aber die nächsten Kaufsignale bei First Solar sehe ich über den Hoch der letzten beiden Tage. Ab 209, 210 könnte die Party hier wieder losgehen. Und das könnte dann vielleicht die nächste Kaufwelle in den Solaraktien hier auslösen. Wenngleich, wenn wir gerade bei Sektor Stärke und Sektor Schwäche sind, die Halbleiter alles andere als wirklich gut aussehen von allen Sektoren. Also von Stärke ist hier nach wie vor nichts zu sehen und das sollte vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund behalten werden, dass wir also hier wirklich nur die Bewegung von einzelnen Wertpapieren aus der Branche haben, die gut aussehen, aber nicht die gesamte Branche, wie bei den Chip-Aktien und Co. hier sehr gut aussieht. Clorox hält sich gerade noch so um den 20-Tage-Durchschnitt. Es ist ein bisschen ein Hin und Her, ein bisschen ein Auf und Ab. Nach wie vor eine extrem starke Aktie auf Sicht der letzten 12 Monate. Aber klar ist, diese Ebene dürfen wir nicht nach unten verletzen. Bei 164,90 sind meine Stops drinnen. Mein Risiko ist also relativ gering gestreut. Und dann haben wir noch im Portfolio LTH, die jederzeit nach oben durchstarten könnte. Die letzten paar Tage waren ein bisschen volatil, ist ein bisschen in eine kleinere Position. Aber wenn die mal startet, die kann gewaltig starten. Zuletzt gab es ja hier im Januar alleine 57% innerhalb von drei Wochen. Also warten wir mal ab, ob wir den Big Breakout nach oben bekommen werden oder nicht. Somit kommen wir auch schon zu den Aktien, die wir vorbereitet haben, möglicherweise für Käufe für diese Woche. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.